Jööö, dann mal weiter im Text. Zu allerher das Spiel weiterlaufen lassen, denn wir haben so viel, was zur Hölle macht der Doktor da draußen. Ist der auch Architekt? Guck mal kurz. Ja, der baut die Goldstraße. Hm. Oh, und der ist Mechaniker. Ah, stimmt. Der hat da so ein 3x8 Pixel großes Werkzeug in der Hand. Ja, muss Mechaniker sein, aber der Arzt sah so ähnlich aus. Na gut, aber ja, wir haben jede Menge auf der Liste, was abgearbeitet werden muss. Also, nicht von uns, sondern von... Oh mein Gott. Ähm, ja, das kennt ihr noch nicht. Jetzt kann ich mal wieder was Neues erklären. Das da ist eine Invasionsstreitmacht. Das ist kein so ein Scharmützel, wie wir bisher immer hatten mit 2, 3, 5, 6 Trupps Goblins. Das ist eine richtige Invasion. Okay, Escape. Und jetzt sieht man auch hier oben gleich Siege stehen. Und die kann doch ziemlich lange dauern. Ich guck mal da unten, ich seh schon mal jede Menge Bogenschützen. Das ist sehr, sehr schlecht. Ich hab natürlich vergessen, vorher die Luke zu setzen. Die ich ja schon seit zig Folgen setzen wollte. Ähm, ne, 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 ne. Aber erste Sachen zuerst. Das da einmal bitte hochziehen. Ja. Dann sollten wir auf jeden Fall Militär-Alerts-Inside-Anmachen. Und... Warum die Brücke überhaupt runterlassen? Also mein Plan war jetzt, wir lassen den ersten Trupp Goblins einfach reinlaufen. Und zwar in die Fallen reinlaufen. Vor allem, weil es Bogenschützen sind. Da hätten unsere Nahkämpfer doch ein arges Problem. Zumal die Rüste noch nicht fertig ist. Also ja, ich würde ganz gerne die Armbruchsschützen mit den Fallen hier ausschalten. Danach können wir die Wand hier ja zumachen. Dass die Reste der Armbruchsschützen sich hier irgendwie immer hin und her bewegen und die letzten Fallen reintappen. Und danach könnten wir die Brücke wieder hochziehen, um zu gucken, was denn so alles kommt. Aber ja, Schritt für Schritt. Also die Brücke wird jetzt runtergelassen. So lange, bis wir sehen, dass da viel zu viele kommen. Also momentan haben wir 5x9, 45 Fallen hier. Das dürfte für eine Weile reichen. So, wo genau kommen die denn rein? Das war irgendwo hier unten, oder? Ja genau, ganz im Südosten der Karte. Also, weitermachen. Alle möglichen Sachen werden unterbrochen. So weit, so gut. Es gibt garantiert auch noch mehrere Trupps, die unsichtbar sind. Die schleichen sich gerade irgendwo rum. Und die sehen wir nicht. Aber anscheinend bewegen die sich erstmal gar nicht. Jedenfalls nicht wirklich. Oh, das sind andere Goblins. Moment mal, stopp, 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 pause. Die hier sehen anders aus. Oder ich kann nicht wirklich erkennen, haben die auch Armbrüste? Ich zoome mal ganz kurz ran. Ich weiß, das macht manchmal Probleme. Aber so. Doch, das sind auch Armbrüste schützen. Okay, ich dachte schon. So, jetzt will ich ja wieder rauszoomen, weil so ist nicht wirklich... So ist okay. Da oben flackert es aber. Dann halt so. Ah, so ist okay. Jetzt brauchen wir noch die Ansicht wieder. Karte weg. So. Und sie setzen sich in Bewegung. Es sind anscheinend ungefähr 20. Bisschen weniger. 15. 15 Armbrüste schützen. Ja, das ist locker machbar. Gucken wir runter zum Eingang. Ist die Brücke schon... Ja, die Brücke ist unten. Sehr gut. Wollen wir unsere Miliz schon aktivieren? Da bin ich jetzt vorsichtig, weil es wird recht lange dauern. Und je länger es dauert, desto grumpiger werden sie. Also wollte ich sie echt erst aktivieren und ihre Rüstung einsammeln lassen, wenn sie nötig sind. Außerdem wird hier im Hintergrund durchgehend Waffen und Rüstung für sie hergestellt. Da sollten wir auch noch ein bisschen warten. Was bringt nichts, wenn sie gleich wieder mit Leder, Käppies durch die Gegend laufen und gewandert werden. So, wo bleiben die Goblins? Da kommen die Goblins. Waaaaaah. Kommt es mir so vor oder vermehren die sich beim Bewegen? Wahrscheinlich sind sie einfach nur ein bisschen gestapelt. Aber ja, unser Eingang ist ja relativ sicher. Ja, außer die Goblins haben gelernt auszuweichen und den Bogen hier zu gehen. Das wäre übrigens auch ein sehr schönes Skript. Also nicht für uns Spieler, aber allgemein für das Spielgeschehen. Dass wenn eine Goblin-Invasion oder diese kleinen Spieltrupps zwischendurch auf einem Weg zu häufig stirbt, dass das Path-Finding, also die Wegfindung, einen anderen Weg sucht, den es gehen kann, um halt Fallen auszuweichen. Das hätte mal was. So, ersten Goblins kommen, dürften gleich in die Falle tappen und dann bleibt der Rest stehen, nehme ich an. Schnapp, 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 schnapp und stehen bleiben. So, sechs Goblins sind schon mal weniger. Und ich sehe jetzt nur noch drei, neun Stück. Ne, zehn Stück, auf dem Fall sind zwei. Jo, zehn Goblins, das ist ein Lacher. Ja, bisher. Ich ziehe jetzt mal die Brücke ein, damit wir erstmal die da erledigen können, beziehungsweise sie sich selbst erledigen können. Und wir können die Miliz wieder als Köder benutzen. Dass wir sie hier irgendwo abstellen und dann die Goblins in die Fallen laufen. Aber das hatten wir schon ein, zweimal probiert. Das klappt nicht ganz so gut. Denn meistens läuft es eher andersrum. Die hier bleiben stehen, schießen einfach auf die Miliz. Und die Miliz ist angepisst und läuft dann zu den Goblins hin. Äh, ja. Also wahrscheinlich werden wir uns da einfach nur in Geduld üben müssen. Ja, wenn ein neuer Trupp auftaucht, müsste ich eigentlich auch benachrichtigt werden. Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich mich um die ganzen Kleinigkeiten kümmern. Und das ist mir irgendwie unheimlich, wenn da so viele Goblins in der Vordertür stehen. Aber na gut. Was wollen wir denn mal machen? Wir könnten noch ein paar Ambusse einschmelzen. Damit unsere Stockpiles nicht mehr so wüst aussehen. Ich glaube, wir hatten hier unten auch noch jede Menge. Ne, die haben wir schon allein geschmolzen. Sehr schön. Wir haben hier jede Menge Fässer. Was ist das hier? Ach, hier haben wir unser Trinken gelagert. Also ausgelagert. Hier oben wird anscheinend eine Party gefeiert, weil die nichts zu tun haben. Jo, 50 Zwerge, die nichts zu tun haben. Das kann nur in Chaos enden. Eine Kneippschlägerei oder so ähnlich. Ich glaube, die ganzen Tiere hier oben, das wäre mir echt zu wüst. Oh, und das da ist, glaube ich, der Doktor. Von der Grafik her. Mit so einem kleinen Stethoskop oben drauf, das nur ein Pixel breit ist. Aber ja. Essen. Essen sieht sehr mau aus. Also das Fleisch. Das hier waren Fässer mit Früchten zur Fermentierung. Das waren leere Fässer. Und das hier waren alles Fässer mit Fleisch und anderen Sachen, die verkocht werden können. Das sieht echt nicht gut aus. Was sagt Z? Z sagt, wir haben 1143 Trinken. Wir haben 3500 andere. Andere ist also auch Essen. Fertiges Essen. Wo lagern wir das denn? Das war... Hier, glaube ich. Gucken wir mal ganz kurz in den Einstellungen. Ja, hier ist Essen. Oh, das sieht doch super aus. Das heißt, die Einzigen, die momentan nichts zu tun haben oder nichts machen, obwohl sie was machen sollten, sind die Brauer. Da werfen wir mal den an und den an. Und den an. Und ich gucke mal ganz kurz im anderen Programm, also im Dwarf Therapist, wie viele Braumeister wir gerade haben. Brewing. Wir haben 1, 2. Das scheinen auch die Alten zu sein. Gucken wir mal ganz kurz. Das wäre einmal Liberty Night. Der lebt immer noch. Sehr schön. Und Meodai. Das sind unsere beiden Braumeister. Und die scheinen schon recht fleißig dabei zu sein. Und dann hier wieder alles anzuleiern. Sehr schön. Was sagen die Goblins? Die Goblins sagen, wir haben uns keinen Millimeter vorwärts bewegt. Na doch, sie rutschen langsam auf die Felder. Und inzwischen sind es 8 Goblins, die eingefangen wurden. Was für Fehlermeldungen haben wir? Die Särge sind fertig. So lässt es jetzt eine Anspielung sein, dass vielleicht gleich ganz viele Zwerge sterben. Wir haben keine zum Schmelzen designierten Gegenstände. Dann sollten wir ganz kurz JM drücken. Und den Befehl aufheben. Den da. Remove. Kohle haben wir anscheinend schon recht viel hergestellt. Die Rüstung werden sehr langsam abgearbeitet. Aber das kommt glaube ich daher, dass Tami auch unsere Rüstungsschmiedin war, oder? Gucken wir mal ganz kurz. Rüstungsschmied. Wayne of Games ist ein Rüstungsschmied. Oh, ich sehe gerade. Einer unserer Hauler ist ein legendärer Rüstungsschmied. Den sollten wir ganz schnell umbenennen. Set Name. Amur. So. Jetzt bin ich auch wieder im Spiel. Ja, sowas kann man ab und an mal übersehen. Wenn dann irgendein Hauler besessen wird und dann einen Skill auf Legendary bekommt und man den nicht umbenennt, landet er irgendwann in der Miliz und stirbt dann zwangsweise. Denn die Hauler sind für mich die Vorstufe zu dem Hammer. Weil die normalerweise ja nicht so wichtig sind. So, ich sehe wieder Pilze. Pilz weg. Aber ja, die Pilzfarm haben sich echt rentiert. Es hat zwar irre lange gedauert, bis die mal angefangen haben. Aber jetzt kann ich ja alle ein, zwei Folgen hier so ein gutes Dutzend Baumstämme rausholen. Und weil wir später alle Rüstung auch haben, dann brauchen wir ja fast keine Kohle mehr. Na, das ist sehr schön soweit. Also wenn jetzt unten die Wasserversorgung eigentlich funktionieren würde und wir ein wenig sicherer wären, was die Eingänge sind. Was die Eingänge betrifft. Dann könnte man auf unser Ford schon richtig stolz sein. Also ja, das ist so auch ganz okay. Wir haben ziemlich lange durchgehalten. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das erste Ford im Let's Play ziemlich schnell zugrunde geht und ich Neues anfangen muss. Aber wir halten uns wacker. Na, kommt schon. Geht vorwärts. Ich will nicht meine Miliz verhückern. Hm, was ist das? Ah, wir haben einen besessenen Zwerg. So. Du da. Bist doch du, oder? Ja, und er arbeitet auch noch geheim. Also wir werden nicht wirklich gut sehen können, was er macht. Aber er scheint schon alle Ressourcen zu haben. Holt sich ein Porzellanteil. Oh, die Holzreserven sieht echt gut aus. Wir sollten gleich nochmal ein Befehl geben, dass 30 Charcoal hergestellt werden. Für die ganzen Rüstungen brauchen wir hier jede Menge. Nochmal ein Porzellanstein. Knochen. Das wird wieder irgendwas Extravagantes, hm? Metall. So, jetzt ist er fertig. Ist er fertig? Nee, ist er anscheinend nicht. Edelsteine. Knochen. Ein Bär, äh, ein Wald. Stoff. Steine. Nochmal Skelette. Und wieder Metall. Ich glaube, der Stoff fehlt eben. Geht man jetzt auf Stockpiles? Da haben wir immer was auf Reserve. Stoff. So, ich sehe hier. Seidenstoff. Wollstoff. Und die dritte Art haben wir nicht. Was war die dritte Art? Ah, es gab drei Arten von Stoff. Stoff, Seide und... Das, was aus Haaren gemacht wurde. Das komische. Thread. Genau, hier. Pferdehaar, Garn. Woll, Garn. Jack, Haar, Garn. Ja, das stellen wir nochmal kurz her. Pause. Wo sind unsere Webstühle? Da ist unser Webstuhl. Wir hätten gerne Y-Bestoff aus Wolle, Haaren, Garn. So. Das machst du gleich mal auf Repeat. Denn ich glaube, man braucht keine Fäden für Besessenheit. Nur den Stoff anwende. Hoffe ich jetzt einfach mal. Aber in der nächsten Karawane hole ich einfach Neues davon. Und jedes Mal beim Schlachten von etwas größeren Tieren müssten die Haare ja eigentlich auch anfallen. Komm schon. Weh bitte ganz schnell den Stoff. Wer auch immer dafür zuständig ist. Und hoffentlich noch am Leben ist. Werfen wir ganz kurz einen Blick auf den Therapist. Wo war Stoffverarbeitung? Weaving. Ja, wir haben noch einen. Der extra dafür zuständig ist. Und auch keine anderen Jobs hat. Oh, was kommt hier für eine Fehlermeldung? Ah, genau, den meine ich. Corbond. Er braucht einen unverbrauchten, gesammelten Garnfaden. Äh, wir haben doch gerade im Stockpile gesehen, dass wir davon welche haben. Ah, das ist kurios. Ich bin nicht, dass jetzt einer stirbt, deswegen. Können wir hier irgendwas machen? Wir würden gerne... Ne, hier nicht. Wir brauchen ganz schnell Haare. Wo kriegen wir jetzt ganz schnell Haare her? Ja, also wir könnten was scheren. Aber da kommt Wolle bei raus. Spin Threat. Da kommt, glaube ich... Der Stoff... Stoff raus. Mache ich mal ganz kurz und gucke, was bei rauskommt. Zeit rennt davon. Und wir haben Invasionsstreitmacht vor uns. Ja, da können wir sowas echt nicht brauchen. So, da kommt einer an mit Knochen. Was machst du denn mit Knochen? Das gucke ich mir mal genauer an. Tee. Ah, nee. Ein... Ein höckigeres Kamelhaar. Waren Kamelien nicht zweihöckig und Andromeda mit nur einem? Oh, komisch. So, also er macht schon mal irgendwas mit dem Haar. Ganz schön langsam macht er das. So, was ist jetzt da drin? Ah, hier macht man das. Also ein ein höckiges Kamelhaar... Garnfaden-Dingens ist das geworden. Damit dürften wir jetzt hier... Äh... Y wieder machen können. Und damit haben wir hoffentlich genau das, was unser Halbwahnsinniger braucht. Also es wird jetzt erstmal in den Stockpile gebracht. Dann kommt ein anderer aus dem Stockpile und tut es da rein. Und dann kommt der, der das... Komm schon, ciao, ciao. Wir haben noch keine Zeit. Und ich bin echt versucht, ganz kurz zu gucken, was die Goblins machen. Weil da kann er eigentlich nicht schief gehen. Und ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich von diesem Monitur hier weggehe, dass ich durch irgendwas abgelenkt werde. So, Fehlermeldung. Wayne of Game hat kein Eisen mehr. Okay. Sollten wir es auch gleich abbrechen? Ich sehe nirgendwo etwas über den Garn, das er nicht gemacht werden kann. Das heißt, wir müssen echt nur warten, bis der hier auftaucht. Äh... Die Fehlermeldung sagt, dass wir kein Garn haben. Aber ich glaube, das ist die alte Fehlermeldung. Das war vom 9. Inzwischen haben wir den 13. Moonstone. Ne. Ist denn der Befehl noch da? Ja, der Befehl ist noch da. Okay. Dann hebe ich mal ganz kurz... ...das hier auf. Also die Schuhe fehlen noch. Alles andere konnte er wohl schmieden. Sehr schön. Komm schon. Mach endlich dieses doofen Stoffdingens. Wir brauchen ja mehr dazu. Machen wir nochmal... Shift-S. Shift-S. Ah, Shift-S. So. Jetzt aber. Kommt noch eine neue Fehlermeldung, die nach dem 13. war? Bisher nicht. Oh. Der Stockwerk gehört aber schon mit zu dem Bunker-Befehl, oder? Ja, sonst würden die anderen hier wieder antanzen. Und er macht ja auch fleißig den Garn. Ah, sowas mag ich echt nicht. Dass deswegen jetzt wieder einer durchdreht. Naja. Unsere Miliz ist trainiert. Wir sollten die schon mal abstellen. Äh... Ne, ne, ne. Wo hast du dich eingebunkert? Da hast du dich eingebunkert. S-Shift-A. Ah, move. Da hinten. Und anstatt, dass wir jetzt die Goblins töten, so wie es eigentlich der Plan war, töten wir jetzt unsere eigenen Zwerge. Das ist ja auch super. Aber na gut, das machen wir in der nächsten Folge. Also bis gleich. Das ist ja auch super. 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 Vielen Dank.